Patricia, was ist Geschichte hinter dem MS-Preis und wie ist er zustande gekommen? Der MS-Preis hat schon eine ganz lange Tradition. Seit über 20 Jahren darf die MS-Gesellschaft den MS-Preis übergeben für besondere Leistungen im MS-Bereich. Das freut uns jedes Mal sehr, freut die Jury sehr, aber die ANS-MS-Gesellschaft auch. Was immer dahinter steht, sind besondere Leistungen, ein grosses Können und vor allem ganz, ganz viel Herzblut. Und das alles bringt Marie-Dobertin mit und wir freuen uns sehr für sie und auch für die MS-Gesellschaft, dass wir einen so schönen Preis übergeben dürfen und wünschen dir für die Zukunft alles Gute mit ihrem Buch.